Ein bisschen warm heute, ha? Yay, wir sind in Booten! Viel Spaß! Sehr gut! Guten Morgen! Ist das nicht ein herrlicher Tag? Ich finde es ein bisschen schade, dass wir eins fahren, obwohl meine Beine sind in den Hosen. Aber landschaftlich ist, glaube ich, der Zweier echt toll. Und, macht Spaß? Aber sicher! Du hast so ein cooles Trikot! Zeig mal her! Wo gibt's das? Im Internet, ne? In diesem ominösen. Ja! Das sind Little Song Texte. Cool! Auf in den Kampf! Die Schwiegermutter naht! Ist das schön oder ist das schön? Mega schön! Ich liebe es! Ich liebe es! Moin Moin! Ich liebe es! Ich liebe es! Ja, wenn ich schüße! Ich liebe es! Tja, diese Zeit ist! Tja, das ist schon ein bisschen einfacher. Tja, das ist schon ein bisschen schützt! Das ist geil. Hi Mädels! Das ist nicht ein Kilometer max, sondern eher 4. Hopp, 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 hopp! Yeah, ihr macht das super! Hallo! Wie viel Watt pusht du gerade? Nur 160. Und wie lange geht der Anstieg schon? Hab ich vergessen. 22 Kilometer fahren wir jetzt schon nur bergauf. Warte, fahr kurz vor. Also ich versuche mal konstant 200. Jetzt würde ich gerne meine Hände hochheben können. Aber dann falle ich um. Kamerafrau! Warten wir hier oder fahren wir weiter. Fahr ruhig weiter. Lächeln! Nee, jetzt ist noch ein Stückchen. Das schafft man. Weiter, 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 weiter! Du machst das! Ja! Echt? Bei mir zeigt es an, es geht noch hoch. Ja, 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 ja. Sehr gut! Damit haben wir die Höhenmeter der ganzen Tour schon mal gesammelt. Für heute. Nee! Morgen ist eigentlich auch nichts mehr. Morgen ist nichts mehr. Morgen ist nichts mehr! Morgen ist nichts mehr! Nee! Ein minimales Ding! Ach, dann ist das nicht! Ich hab da echt den tollsten Platz gefunden hier. Ja, oder? Ja, oder? Das sieht nach Spaß aus, würde ich mal behaupten. So, auf der Suche nach einem Natur-WC muss man sehr weit in den Wald laufen. Oh, Gott, nicht mehr groß! Hast du nicht mehr Pipi machen dokumentiert? Ja, nicht mehr. Nichts. Juhu! Hallo! Ich hab's geschafft! So, dass die sich, weißt du, dieser Bremsbacken mittig dann sitzt. Nee! Ich überleg grad, ob man da auch fahren könnte. Weil wir kommen, da hinten kommen wir auf den Radweg drauf. Feilig! Ja! Aber der ist wirklich geil gewesen. Ich hab sie vorher abrennen sollen. Yay! Wir sind in Booten! Hier ist der Sommer ausgebrochen, das sind wir alle nicht mehr gewöhnt. Dann krieg ich, ich bestell auch mal den Oliven-Veta-Salat, bitte. Keine Ahnung, das kommt nicht mehr. Also es rutscht durch. So wie wenn die Kette einfach durchrutscht. Aber du bist schon heile angekommen, oder? Musstest du dich abholen lassen? Das ist so 200 Meter vor diesem Passo San Lugano basierten. Oh! Mal 50 Kilometer noch runterrollen. Und die anderen wissen Bescheid, was man da machen muss? Oder macht ihr jetzt einfach auf gut Glück? Wir wissen lassen. Wollen wir die Alten sehen wollen? Hm? Wollen wir eine Uhrzeit ausmachen? Mami! Mami! Wollen wir eine Uhrzeit? Und gar nicht blech. Wir fahren über die Uhrrufe. Huhu! Super! Supe! Er wird 1.000 Meter zusammen. Habt ihr schon gebadet? Jo, wamm nicht. Ich hatte leider keine Brülle. Wirst du die haben? Vielleicht kann ich mir auch morgen irgendwo an dem Ding da eine kaufen. Ja, da hocken wir alle. Ich bin auf der Stange. Und hattet ihr einen tollen Tag? Ja! So schön ist es am See. Musik 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 Musik